Ich hab ihn, hm? Also nicht ausgeschaltet, ne? Ich hab ihn jetzt nur, ähm... Oder soll ich ihn von hier schon mal ausschalten? Das ist nicht, ne? Okay, das war, glaub ich, der Fehler, den ich gemacht hab. Als ich den nämlich ausgeschaltet hab, dann kam mir die ganze... die ganze Scheiße ins Rollen hier. Okay. Du meinst also, hier... hier sieht er uns nicht. Der guckt... der bleibt aber stehen. Jetzt dreht er sich wieder um und wir können... Okay. So, durchs Gebüsch. Obwohl... Was siehst du denn? Na, wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen, wir müssen auf... Äh, äh, äh... Der Sniper, ne? Sag mal. Hier gleich links. Ah, ja. Okay. Nee, wenn wir hier... Wenn wir hier im Gebüsch sind, nicht. Ach doch. Fuck. Ja, ich komm schon. Wie soll man das nicht das erste Mal gemacht, sag mal. Wie soll man denn erst noch da so'n... 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 so'ne Show veranstaltet? Hier ist wieder ein, äh... Hier ist wieder ein, äh... Ein Dings. Ein Ton, 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 Dings, Bums. Ein Ton, Dings, Bums. Ach, das blendet hier. Ich hole mir den, ich hole mir den, ich hole mir den rechten. Ja. Aber wir müssen warten, bis das, bis der Ton wieder an ist. Hör. Sag jetzt. Na, jetzt geht er wieder. Hör. Ja, der ist zwischen den, der ist zwischen den Dingern verschwunden hier. Wo ist der, du? Was? Der geht da lang? Habe ich hier lang? Wieso hast du den jetzt... Okay. Moment. Den mach ich aber erst gleich. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. So. Der ist auch weg. Our objective is fucked. Ja, da mit dem Stern. Und der Sniper, der war, der war, der war, der war, wo? Nee, der war doch hier... Bist du dir sicher? Der war doch hier auf dem... Den haben wir doch getaggt gehabt, oder nicht? Den haben wir doch getaggt gehabt. Da, ich seh ihn doch. Da hinten. Aber wie... Wie erwischen wir den denn jetzt? Holy moly crap. Holy moly. Wo war das nochmal? Äh... Äh... Wo? Wo ist der? Nee. Jetzt. Headshot. Also, einen hab ich. Einen hab ich. Einen hab ich. Der ist einfach rein, ne? Das ist, äh... Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Der Sniper, also links da unten können wir den Sniper nicht, äh... Fertigmachen, weil der sieht einen. Wenn ich da den Gang runtergehe. So, der Sniper ist weg. Ja, scheißegal. Hauptsache der Sniper ist weg. Ja. Puh. Ich habe... Warte kurz. Ich habe eine Landmine und ich habe... Äh... Doch, ich hab ne Tripmine. Drei Stück sogar. In welchen? In den Haupteingang? Hier jetzt. So. Und. So, das war die... Ja, von meiner Seite... Von meiner Seite kann keiner kommen. Da ist... Ich hab da so einen Teil gespannt. Ja. Von deiner Seite? Ja, ich spann nochmal eine Mine. Das hat Spaß gemacht. Moment. Oh, er hat mich. Verdammt. Nein, 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 nein. Und weg da. Und da soll ich draufhalten? Moment. Äh... Ich stell mich mal lieber hin. Ja, ich seh was. Da soll ich... Ich mach einen Fass. Das rote Fass. Moment. Ja, gleich. Nein, noch nicht so. Och, man. Falsche Taste. So. Ja, das wäre... Ja, das wäre aber... Das ist glaube ich nur im... Äh, Authentic Mode oder so. Oder? Was fliegt denn da jetzt gerade weg? Was fliegt denn da weg? Da flog gerade was weg. War das ein Vogel? Nö. Hm? Das sah merkwürdig aus. Aha. Ja. Genau, ein Snipernest fehlt noch. Eins fehlt noch. Das ist... Hinter uns. Das ist da, wo der andere Sniper wohl war, oder? Da, wo der andere Sniper... Genau, da müssen wir schnell hin. Das wollen wir uns ja noch holen. Ich habe was gehört. Ja, komm. Der hat hier... Ja, genau. Dann gehen wir weg. Wenn er denn kommt, dann kann er ja schön über unsere... unseren Stolperdraht. Komm schon. Da komm. Putt, 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 putt. Der kommt. Ja, er kommt. Der... Ist das, äh, One-Hit-Kill? Ja. Gut. Was hat denn der? Nothing found. And I still haven't found what I'm looking for. Ja, total anti-Sniper-mäßig hier, aber egal. Hauptsache, wir schaffen das Level hier irgendwann mal. Ich glaube, Halo wird heute nichts mehr, ne? Ich sammle erst mal ein War Diary ein. So. Was, sabotieren? Ne, lass erst mal zum, zum Sniper's Nest. Okay. Das geknallt. So. Was meinst du denn? Na, hier ist nichts mehr, ne? Die sind alle aufmerksam geworden und wir haben sie alle da in dieser komischen Höhle fertig gemacht. So, hier war der Sniper. Enter Sniper's Nest. Zack. So. Okay. Mehr brauchen wir ja nicht. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Den Longshot haben wir. Was habe ich denn? Objectives, ne? Ähm. Ja, alle drei Sniper-Nests haben wir. Den Longshot haben wir. Wir haben keine Collectible Cards eingesammelt. Und nur ein optionales Objektiv geschafft. Aber es ist auch egal. Oder? Warum? Sag doch nicht sowas. Ich muss mich erst mal heilen. Ein letztes Mal. Mit meinem letzten Med-Kit, das ich hab. Was war denn das für eins? Wir gehen nicht zurück. Mit dir bestimmt nicht. Na, ich weiß schon, wie du das gemeint hast. Ich mach da nur Spaß. Ja, musst du doch nicht. Guck da nur einer zu. Zur Zeit. Ist auch nicht so schlimm. Nee, die sind dann irgendwann. Die sind, die sind irgendwann weg. Was? Slimpack. Was? Na, nee. Alles gut. So, wo müssen wir denn hin? Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas zum Einsammeln. Ah, Playing Cards. Guck mal. Ich hab grad über die Collectible Cards gesprochen. Und schon können wir eine einsammeln. Oder ich, beziehungsweise. Du hast ja schon alles. Nö, es ist, alles ist schon vorbei. Nein, ich hab grad eine Collectible Card eingesammelt, wo wir gerade davon gesprochen haben. Ja. Wo bist du denn jetzt überhaupt unterwegs? Du bist schon wieder da oben irgendwo, ne? Bist hier die, doch, du bist hier die, du bist hier den, den Weg hoch. Du bist wieder, du bist wieder in der Höhle. In der Höhle des Löwen bist du schon wieder. Och, Zigarette, ne? Ey, weißt du, wie gerne würde ich jetzt auch jetzt hier in der, hier direkt, eine rauchen. Wie sieht denn das draußen aus? Ah. Was? Kalt, ja. Kalt und windig und in beschissener, äh, Windlage. Weißt du, normalerweise ist mein Balkon total geschützt, aber halt immer nicht so zu bestimmten Zeiten. Also, wenn der Wind... Nee, kann ich grad nicht. Ich muss grad hier eine rauchen. Das ist viel zu aufregend da, was ich da grad mach mit dir, du. Hm. 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 Ja, das ist genau, da kommt genau in die Richtung hier rein. Ich kann hier noch nicht mal die, die Tür vom Balkon zumachen. Die hat nämlich kein... Ähm, manchmal auch die Sniper, aber in dem Fall hier der Wind. Ja. Weil ich nämlich kein... Ich hab kein...